Was ist dein maximales Online-Vertriebsziel? Hallo, herzlich willkommen! Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Und ich höre immer wieder von Kollegen aus meinem Netzwerk heraus, von ehemaligen Kunden, Bestandskunden etc., dass sozusagen viele Besucher auf der Webseite waren zum Beispiel. Also ich greife jetzt einfach mal ein Beispiel heraus. Man hat dann irgendwelche Tools im Einsatz und dann heißt es okay, die und die Firma war bei uns auf der Webseite. Es ist nämlich so, laut der DSGVO oder auch europäischen Datenschutzvereinbarungen usw. Es ist nicht genau sichtlich, also dürfen Tools nicht genau tracken, welche Person, also welche Person, direkt auf einer Webseite war, ohne dass die bereitwillig dazu sich sozusagen die Box geklickt hat. Hier sind meine Kontaktdaten. Ich, Persona, ich mit der Einschrift, mit dem Namen, mit der E-Mail, mit der Telefonnummer, was auch immer. Ich habe bei dir auf der Webseite besucht. Sondern über diese Tools darf man nur erfahren, lediglich nur erfahren, welche IP-Adresse. Sprich, mit der IP-Adresse kann ich dann einigermaßen definieren, okay, von welcher Firma kommt das Ganze. Beziehungsweise von welchem Standort. Wenn es eine größere Firma ist mit mehreren Standorten, dann kriege ich vielleicht auch einen Standort raus. Ja, und so ein paar Dinge, aber dann eben mehr auch nicht. Ja, und da ist es eben so, dass dann immer wieder Kunden, Bestandskunden und ehemalige Kunden von mir kommen und sagen, ja, die und die Firma war bei mir auf der Webseite. Dann sage ich, okay, und was dann? Ja, welcher Call-to-Action, ist dann meine Frage, wurde ausgeführt? Ja. Und wenn kein Call-to-Action ausgeführt wurde, dann ist wohl der Interessent, hat der Interessent nichts Interessantes gefunden, sozusagen, einen Call-to-Action auszuführen. Und häufig liegt es aber an beiden Seiten. Das heißt, der Interessent, weil er interessiert, ist ja aus irgendeinem Grund auf die Webseite gekommen, entweder hat er irgendeine Überschrift gelesen, organisch oder bezahlter Traffic, whatever, das lassen wir jetzt mal außen vor, aus welchem Grund auch immer er da drauf gekommen ist auf die Webseite. Hat er doch einen Grund gehabt, auf die Webseite zu gehen. Das heißt, der nächste Schritt, ja, maximal Online-Vertriebsziel, müsste dann sein, okay, ein Download eines White Papers, eines E-Books, eine Teilnahme, eine Registrierung an einem Webinar, you name it, ja, Vereinbarung einer Strategie-Session, One-to-One per Telefon und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn keinerlei dieser Call-to-Action ausgeführt wurde, muss man sich zwei Fragen stellen. Also, habe ich diese ganzen Call-to-Action wirklich gut platziert, positioniert auf meiner Webseite, dass diese auch leicht gefunden werden und leicht ausgeführt werden? Habe ich denn auch dort meine Webetexte so geschrieben, dass ich auch genau nur diesen nächsten Schritt, dass man wieder beim Thema Verkauf immer nur den nächsten Schritt ausgeführt wird? Und wenn ja, dann hat der Interessent, von dessen Anschriftname ich noch gar nicht kenne, weil ich das noch gar nicht kennen darf, laut DSGVO bla bla bla, einfach nicht gezündet. Ja, das heißt, es war zwar ein Visitor, ein User, ein Nutzer, ein Interessent in Anführungsstrichen auf meiner Webseite, aber dieser Interessent ist nicht konvertiert in ein sogenanntes Lead, Online Lead. Es gibt unterschiedliche Formen von Leads, ja, jedes Lead ist unterschiedlich per Definition, ja, manche sagen ein Lead ist eine Handynummer, manche sagen ein Lead ist nur eine E-Mail und so weiter. Der große Unterschied hier ist aber, allein nur ein Webseitenbesucher ist noch kein Lead. Warum? Weil ich noch gar nichts von ihm weiß, ja, es kann noch gar kein Lead sein. Ich weiß nur, irgendeine Firma war bei mir auf der Webseite. Ich weiß nicht wer, es kann der Azubi gewesen sein, der da zufällig draufgestolpert ist, keine Ahnung, für irgendeine Prüfung, auf die er gerade paukt. So einen Fall hatten wir letztes Mal, ja. Hat sich ein Azubi in irgendein Webinar sogar eingetragen, das war dann sogar ein Lead, aber es war halt nur ein Azubi. Und obwohl es dann sogar ein Lead war, war es kein qualifiziertes Lead. Ja, auch das gibt es dann im nächsten Schritt, aber wir sind ja noch gar nicht bei dem Schritt. Wir haben ja nur die Kenntnis, dass... ...webs, sage ich schon, Speicherkarte war vor allem mit dem anderen geredet. Jetzt habe ich Gott Dank noch mein Smartphone. Also, ich habe hier nur die Kenntnisse, dass irgendeine Firma auf meiner Webseite war. Das heißt, es ist noch kein Lead und schon gar kein qualifiziertes Lead. Und dann, nur wenn ein Call-to-Action ausgeführt wurde, Download, Eintragen, hier, dort, da. Und ich habe sogenannte Kontaktdaten eingesammelt. Das heißt, ganz wichtiges Stichwort, mein Interessent oder mein Nutzer, User, whatever, you name it, auf meiner Webseite, hat seine Anonymität bereitwillig mit gegenseitigem Einverständnis der DSGVO-Verordnung aufgegeben. Er hat seine Anonymität aufgegeben. Ja, nur dann ist das ein Lead. Und dann muss ich dieses Lead auch noch qualifizieren. Denn wie gesagt, besagtes Beispiel, Azubi trägt sich für ein Webinar ein, wollte sich irgendwas informieren wegen seiner Prüfung, irgendwie ein Thema, was in diesem Webinar stattfand. Wir haben uns riesige Aufwendungen gemacht, hier das Webinar hochzuladen, zu erstellen, zu publizieren, zu bewerben. Natürlich, um Neukunden zu gewinnen und nicht irgendwelche Azubis hier in ihren Prüfungsaufgaben zu unterstützen. Also, es ist dieses Lead dann, es ist zweitens ein Lead, aber kein qualifiziertes Lead. Und da muss ich nochmal schauen, okay, wie ist denn die Conversion-Rate von Usern, also Leuten, die auf meine Webseite kommen, aus welchen Gründen auch immer, wollen wir jetzt nicht genau die, ich würde jetzt ein Rahmen dieses Video sprengen, könnt ihr euch hier genau unten eintragen und bei mir mal auf der Akademie vorbeischauen oder auch mich persönlich für eine Beratungssession buchen. Wie ist denn die Conversion-Rate von Interessent, die auf meine Webseite kommen, zu Lead und von Lead zu qualifizierten Lead? Und da muss ich mir genau diese Stellschrauben, die KPIs dazwischen eben anschauen und dann erkennen, wo der Hund begraden liegt. Wenn ich am Ende, unten raus, nur ganz, ganz wenige qualifizierte Leads eben habe. Und das Ganze nennt man dann Funnel. Und zwar ist das der MOZ-Funnel, nennen das manche, oder MVZ oder maximales Vertriebsziel Funnel, was das Internet betrifft. Weil irgendwann geht es ja dann natürlich im B2E fast immer und ausschließlich auch wieder ins Offline rein. Das heißt, niemand kauft irgendwas mit einem Millionen Euro, beauftragt dich, rein über irgendwelche Online-Geschichten. Obwohl es natürlich jetzt auch mehr und mehr verschmilzt. Weil natürlich ist es, wenn jetzt zum Beispiel Verträge über Teams-Meetings abgeschlossen werden, mit Doku-Sein, das ist ja alles digital. Ist es dann noch offline oder ist es dann schon online alles? Ja, also das ist natürlich wieder eine andere Frage, die wir jetzt hier nicht beantworten wollen. Okay, soll es gewesen sein zu diesem Video. Ich hoffe, es konnte weiterhelfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Abonnieren-Kanal und schauen mal wieder rein. Es heißt, dein Thomas Klein von, ja klar, Klein Marketing, Consulting. Und wie gesagt, trage dich einfach mal rein. Hier unten bei meinem, ich habe einen kostenlosen dreiteiligen Video-Kurs. Und dann habe ich natürlich noch eine bezahlte Akademie oder halt einfach mal eine Session mit mir buchen. Strategiegespräch und dann schauen wir mal, was ich dir Gutes tun kann. Bis dann, tschüss, dein Thomas Klein bei.